Willkommen zu meinem Podcast mit der Frage, worum geht es beim Viable System Model? Ausgangspunkt unserer Frage ist, gibt es ein Referenzmodell, das man für die Aus- und Weiterbildung von Führungskräften gebrauchen kann? Und die Antwort lautet ja, nämlich es gibt das Viable System Model. Das Viable System Model ist ein Referenzmodell, mit dem man das Management von marktfähigen Organisationen wirklich wirkungsvoll voranbringen kann. Denn das Viable System Model ist ein Referenzmodell, das weithin als akzeptiertes Rahmenkonzept dient. Es ist ein Referenzmodell, das alle nötigen Managementfunktionen auf jeder einzelnen Organisationsebene erfasst. Es ist ein Referenzmodell, das den nötigen Informationsfluss zwischen einzelnen Funktionen und den einzelnen Organisationsebenen erfasst. Es zeigt dazu die verschiedenen Ebenen und die verschiedenen Kriterien der organisationalen Fitness auf. Und es hilft, die richtigen Fragen zu stellen und für das Management zielführende Aufträge zu erteilen. Alles in allem ist also das Viable System Model, zu deutsch lebensfähiges System, ein Referenzmodell mit einer sehr differenzierten Denkstruktur und mit einer sehr detaillierten Sprachregelung. Es ist daher für die Fachdiskussion zwischen den einzelnen Fachdisziplinen als auch für die Eigenreflexion von Führungskräften außerordentlich geeignet und wird auch weithin eingesetzt. Der Grundansatz vom Viable System Model ist denkbar einfach. Wir haben auf der einen Seite ein interagierendes Team, das in einer bestimmten Umwelt agieren muss. Die Verhaltensmöglichkeit, man sagt auch die Varietät des Teams, ist dabei deutlich geringer als die Varietät, die Verhaltensmöglichkeiten der Umwelt. Und die Frage ist, wie kann ein Team, das sich weniger Verhaltensmöglichkeiten erarbeiten kann als das bedeutsame Umfeld, wie kann das Team trotzdem seine Ziele erreichen und dabei gut vor- und nachgesteuert werden? Bei der Grundidee des Viable System Models wird davon ausgegangen, dass das Team viele Taten tätigt, die möglichst weitreichende Folgen in der externen Umwelt hat. Die Taten werden mit einem Messmodell aufgenommen, zum Beispiel mit einer Datenmaske oder mit einer Checkliste. Und anhand der gemessenen Resultate wird ein Modell des Fortschritts der Dinge erstellt. Später nimmt man aus der externen Umwelt die Veränderungen wahr, filtert aus den vielen Daten die relevanten Daten heraus, misst sie erneut und stimmt sie ab mit dem erstellten Modell. Also beispielsweise erstellt man einen Vorgehensplan, den arbeitet man arbeitspaketemäßig ab und stellt immer wieder fest, wie weit sind wir vorangeschritten, gibt es unerwartete Effekte, falls ja, wie kann man die begegnen, wie weit sind wir, wie stark ist das Budget verbraucht, wie viel Zeit es schon verbraucht, haben wir neue Erkenntnisse gewonnen, gibt es Lessons learned und so weiter und so schön. Entscheidend ist, dass das Team beobachtet, welche Handlung es setzt und welche Wirkungen zu messen sind. Gehofft wird, dass die Wirkungen natürlich von den vorher getätigten Handlungen mit ausgelöst worden sind. Auf diese einfache Idee aufbauend, können wir die Grundstruktur des Viable System Models erkennen. Im Grundsatz gibt es folgende Komponenten. Auf einer unteren Ebene gibt es die sogenannte Operationseinheit, die Einheit, die gelenkt oder geführt werden wird. Wenn wir unterschiedliche Operationseinheiten haben, gibt es eine Koordinationsfunktion, die die einzelnen Einheiten miteinander in Beziehung hält. Eine Hierarchieebene darüber haben wir die Lenkungseinheit, die Steuereinheit, das Management, die Führungsmannschaft, die praktisch für die Lenkung der Operationseinheit zuständig ist. Und das kann man auch mit einem Monitoring in Richtung Forecasting verbinden. Entscheidend für die Grundkonzeption des Viable System Models ist, dass nur die Lenkungseinheit Kontakt zur Umwelt hat, während die Operationseinheit Teil der unternehmensinternen Umwelt ist und bleibt. Wenn wir uns das jetzt genauer angucken, werden wir sehen, dass die Operationseinheit darin besteht, dass man versuchen sollte, die Leistung, die geplant ist, auch zu erstellen. Die Lenkungseinheit besteht aus drei grundsätzlichen Funktionen. Einerseits haben wir das operative Management, wir haben das strategische Management und wir haben das normative Management. Das operative Management ist dafür da, dass wir das hier und jetzt in der internen Umwelt optimieren können. Wir versuchen, das hier und jetzt so optimal wie möglich zu gestalten. Zumeist geht es hier um kurzen Nutzenerwägungen. Eine andere Funktion ist das strategische Management. Hier ist die Idee, dass man das dort drüben und dann später optimiert. Es geht darum, eine gute Anpassung an die kommende Umwelt zu erlangen. Hier wird sehr oft mit Modellen gearbeitet, nämlich mit Modellen der Organisation, mit Modellen der kommenden Umwelt und mit den Modellen, wo es eigentlich mit mir selbst hingehen soll, mit Roadmaps zum Beispiel. Nun ist es so, dass das optimierte Hier und Jetzt und das optimal Angepasste an Dann und Dort, das widerspricht sich zumeist und es braucht eine Möglichkeit, beide miteinander zu versöhnen. Und das genau macht das normative Management. Hier geht es um die Gesamtleitung, die Gesamtleitung und die Funktionstüchtigkeit der Gesamtunternehmung. Hier kommen Dinge wie Vision, Mission, grundsätzlicher Zweck, Unternehmenspolitik zum Tragen. Während also die Leitungseinheit das operative, das strategische und das normative Management zur Aufgabe hat, hat der Operationsbereich zur Aufgabe, die Leistung so gut wie möglich zu erstellen und Wertschöpfung zu ermöglichen. Die einzelnen Operationsbereiche werden dann noch vom operativen Management koordiniert und mit Monitoring überzogen. Soweit die grundsätzlichen Komponenten des Viable System Model. Wenn ich diese grundsätzliche Idee jetzt übertrage auf mich selbst, was möglich, aber nicht zwingend ist, so kann ich sagen, bezüglich der Operationseinheit, was habe ich eigentlich zu erledigen? Welche Aufgaben habe ich? Welche Beiträge kann ich bringen im Rahmen meines Verantwortungsbereiches hinsichtlich Wertschöpfung ermöglichen? Ich kann fragen, wie ich meine einzelnen Aufgaben mit mir und anderen koordiniere. Und ich kann auch leicht nach vorne blicken und fragen, wie kriege ich das in Zukunft hin? Ich kann für die Zukunft auch fragen, wie werde ich eine gute Aufgabenerledigung auch morgen sicherstellen können? Auf der Ebene der Leitung kann ich mich im Rahmen des operativen Managements fragen, wie und wo ist eigentlich mein Verantwortungsbereich und wie kann ich es jetzt möglichst zeitnah optimieren? Im Rahmen des strategischen Managements kann ich mich fragen, wie ist eigentlich grundsätzlich meine eigene Verantwortung aufgebaut und wie ist dieser Verantwortungsbereich mit der Umwelt vernetzt? Welche Einflussfaktoren gibt es? Wie spielen die internen und externen Einflussfaktoren miteinander? Und im Rahmen des normativen Managements kann ich mich fragen, welche grundsätzliche Verantwortung habe ich für das Unternehmen und wie möchte ich diese Verantwortung grundsätzlich wahrnehmen? In welchem Rahmen? Mit welchem Budget? Mit welchem Ziel? Mit welchem Zeithorizont? Wie möchte ich es grundlegend gestalten, meiner Verantwortung gerecht zu werden? Das Viable System Model ist also sowohl auf Unternehmen als auch für die eigene Selbstreflexion gut zu gebrauchen, mit denselben Komponenten, nur mit einem unterschiedlichen Aggregationsgrad. Hinsichtlich der Umsetzung einer gewählten Strategie können aus dem Viable System Model wirklich wichtige Fragen entwickelt werden. Zum Beispiel, wie sind unsere einzelnen Geschäftsfelder in ihrer Umgebung vorbereitet auf die mögliche Zukunft? Hier geht es um die Operationseinheiten, die möglichst dicht an der Wertschöpfung angegliedelt sind. Eine andere Frage wäre, wie müssen wir die internen Funktionen, Prozesse, Spielregeln, Sprachregelungen usw. bezüglich der Verantwortung der Einzelnen und bezüglich der Produktivität der einzelnen Elemente anpassen an erwartbare Zukunftsentwicklungen. Eine andere Möglichkeit ist zu fragen, wie ist unsere Gesamtstrategie auszugestalten, damit die einzelnen Operationseinheiten gut miteinander klarkommen. Eine andere Frage ist, wie können wir unsere Gesamtstrategie so schützen, dass wir im Verfolgen der Strategie trotzdem so früh wie möglich schwache Signale erkennen können, die für die Zukunft Bedeutung haben. Und schließlich kann man ganz grundsätzlich im Rahmen des normativen Managements noch fragen, welche grundsätzlichen Entwicklungen, welche Megatrends sind zu erkennen und welche zeitlichen Rahmen sind dabei wohlwirksam. Wenn wir uns jetzt fragen, welche Informationen im Viable System Model auf welcher Ebene verarbeitet werden, so ergibt sich dieses Bild. Wir haben insgesamt fünf verschiedene Grundkomponenten des Viable System Models. Komponente 1, auch Funktionales Subsystem 1 genannt, da geht es um die Operationseinheiten. Element 2 ist die Koordination der einzelnen Organisationseinheiten. 3 ist das operative Management, 4 strategisches Management, 5 normatives Management. Und wir können hier sehen, die einzelnen Ebenen haben spezielle Informationen zu handeln und diesbezügliche Anweisungen zu geben. Es ist durchaus viel, was hier gleichzeitig auf der Folie zu sehen ist, aber nach eingehendem Durchdenken wird es schon klarer werden. Die Grundidee beim Viable System Model ist immer dieselbe. Wir haben einen Operationsbereich auf einer hierarchisch niederen Ebene und wir haben einen Lenkungsbereich auf einer hierarchisch oberen Ebene. Der Lenkungsbereich gibt Ziele und Mittel vor. Der Operationsbereich hat die Aufgabe, die Ziele zu erreichen und Resultate möglichst dicht am Ziel zu erreichen. Innerhalb dieses grundsätzlichen Aufbaus ist die operative Ebene, die strategische Ebene und die normative Ebene dem Lenkungsbereich zuzuordnen und die Wertschöpfung ist dem Operationsbereich zuzuordnen. In der normativen Ebene kommen Gedanken der Nachhaltigkeit zu tragen. In der strategischen Ebene kommt die Idee der Effektivität zum Tragen. Und auf der operativen Ebene geht es um die Effizienz der einzelnen Maßnahmen und Maßnahmenkataloge. Mit den drei Funktionen im Lenkungsbereich, nämlich normative, strategische und operative Ebene. Mit diesen drei Funktionen wird also der Operationsbereich, insbesondere die Wertschöpfung, gelenkt. Und wir können die einzelnen funktionalen Subsysteme 1, 2, 3, 4 und 5 hier genau zuordnen. Wobei drei Stern das Auditing die leichte Zukunftsorientierung beschreibt. Ein Vorteil des Denkens mit dem Viable System Model besteht darin, dass wir, wenn wir beispielsweise die Leitung eines Projektes vor uns sehen, mit dem Mittel des Viable System Models, können wir ohne weiteres zu dem einzelnen Projekt noch andere Projekte oder andere Prozesse dazu ordnen, ohne die Steuerungsfunktion und den Aufbau der Steuerungsarchitektur grundlegend zu ändern. Wir haben nur eine leichte Zusatzangliederung zu tätigen, mehr auch nicht. Falls einzelne Projekte oder Prozesse nicht mehr benötigt werden, kann man die gesamte Lenkungsarchitektur noch behalten mit leichten, aber wirklich nur leichten Änderungen. Sollte es wieder zu neuen Projekten oder Prozessen kommen, ist jederzeit eine Anpassung möglich. Das ist insbesondere in Zeiten der atmenden Fabrik von einem unschätzbaren Vorteil, dass man diese Veränderungen mit einem Referenzmodell erfassen kann. Wir kommen also dazu, zu erkennen, dass das Viable System Model als Idee verfolgt, die Menge der Möglichkeiten des Managements in einer Organisation mit einem einzigen Referenzmodell darzulegen. Wichtige Elemente dabei sind, es gibt einen zusammenhängenden formalen Rahmen, die einzelnen Managementsfunktionen auf unterschiedlichen Ebenen werden erfasst, es gibt eine koordinierte Vor- und Nachsteuerung der Dinge, der Informationsfluss zwischen den einzelnen Funktionen und den einzelnen Ebenen wird erfasst, eine effektive Wertschöpfung wird dargestellt, insbesondere in der Wertschöpfungsarchitektur und es werden zusätzlich noch wichtige Hilfestellungen zu geben, um bedeutsame Fragen zu klären. Und alles zusammen führt dazu, dass man sehr zielführende Aufträge erteilen kann, wenn man sich an das Rahmenmodell des Viable System Models hält. Allerdings ist das ein grundlegendes Referenzmodell, sodass immer wieder zu fragen ist, wie ich dieses Referenzmodell auf meinen Verantwortungsbereich anwenden kann. Das geht nicht 1 zu 1, es geht nicht zu 100%, aber 70, 80% der Anpassungen müssten immer drin sein. Wir kommen also dazu festzustellen, dass solange jemand alleine für die Wertschöpfung zuständig ist, kann er sich verhalten, wie es ihm die Gewohnheit zeigt. Sobald verschiedenartige miteinander agierende Einheiten da sind, muss man sich über den Stand der Dinge, über die grundlegende Ausrichtung des Zutunen verständigen. Und wenn man eine arbeitsteilige gemeinschaftliche Wertschöpfung hinbekommen möchte, braucht es eine Vielfältigkeit an Absprachen. Und hier hilft das Rahmenkonzept des Viable System Models, denn das Viable System Model, zu deutsch lebensfähiges System, ist eben ein weit verbreitetes, allgemein akzeptiertes Referenzmodell für das Gestalten von dauerhaften Regeln, die das Verhalten und die Erwartungen der an der arbeitsteiligen Wertschöpfung Beteiligten ausrichten. Ausrichten auf eine möglichst gute Wertschöpfung. Wir kommen also dazu, Folgendes als Arbeitsthesen feststellen zu können. Führungskräfte benötigen, insbesondere wenn sie nach und nach in einer größeren Organisation aufsteigen, eine Karriere beschreiten, brauchen im Rahmen ihrer eigenen Aus- und Weiterbildung ein möglichst einfaches Referenzmodell zur Beschreibung, zur Diagnose und zur Gestaltung des Managements. Und das Viable System Models ist ebenso ein Referenzmodell. Es hat eine detaillierte Sprachregelung und es ist mit Ihnen möglich, über Fachgrenzen hinweg Diskussionen und Eigenreflexionen zu tätigen. Zum Beispiel kann man im Rahmen einer Projektarbeit sehr interdisziplinär vorgehen. Man kann allerdings im Rahmen der Vorstandsarbeit auch mit den Leitern unterschiedlicher Ressorts auf der gleichen Ebene mit ähnlichen Denkkategorien denken, sprechen, analysieren und handeln. Das Viable System Model besteht auf fünf grundsätzlichen Elementen. Die werden auch funktionale Subsysteme genannt. Das sind Politik, Intelligenz, Steuerung mit Auditing, Koordination und Lenkung marktfähiger operativer Einheiten. Die Grundidee des Viable System Models ist schon etwas älter. Sie liegt so in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Anhand modernster I- und K-Technologien wird es anhand dieses Konzepts heute möglich, hochkomplexe, sehr zeitnah arbeitende Management-Conquits zu entwickeln. Es ist heute möglich, in sogenannten Operation Rooms oder War Rooms Management-Cockpits aufzubauen, deren aufgenommene Daten konzernweit erst wenige Minuten alt sind. Das Management großer Organisationen wird anhand solcher Management-Cockpits zusehends wichtiger. Das Management圖 Die дел…… Die derِ Kraft Löras Se die die Strecke und er себе sie die